Kapitel 2 Inwieweit ist das Justizsystem fair und angemessen für Jugendliche? Stell dir dieses Szenario vor. Du hältst dich mit einem Freund nach der Schule vor einem Geschäft auf. Aus Versehen zerbrichst du eine Fensterscheibe. Der Eigentümer ruft die Polizei. Du wirst verhaftet und sollst wegen Vandalismus angeklagt werden. Wie sollte die Situation für dich verlaufen? Was wäre gerecht? Kapitel 2 untersucht, in welchem Ausmaß Kanadas Justizsystem fair und angemessen ist. Wie schützt es die Gesellschaft? Wie schützt es die Unschuldigen? Und wie stellt es sicher, dass diejenigen, die gegen das Gesetz verstoßen, angemessene Konsequenzen tragen? Das Justizsystem ist ein wichtiger Aspekt der kanadischen Staatsführung und kanadische Bürger haben unterschiedliche Meinungen und Ansichten darüber, wie man am besten für Gerechtigkeit sorgt. Ein Grundprinzip der Justiz in Kanada und anderer demokratischer Länder stellt sicher, dass eine Person so lange unschuldig ist, bis ihre Schuld bewiesen ist. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Jugendjustiz, denn dieser Teil des Justizsystems betrifft Schüler der 9. Klasse direkt. Die Fragen über Gerechtigkeit und Angemessenheit, die ihr diskutieren werdet, gelten aber für das ganze Justizsystem. Während du dieses Kapitel liest, überlege dir, mit welchen Herausforderungen und Chancen die Bürger konfrontiert werden, wenn sie die Bedeutung von Justiz erfassen wollen und welche Auswirkungen Justiz auf ihre Identität und Lebensqualität hat. Während du die Aufgaben im Kapitel bearbeitest, überlege dir, welche Teile des Justizsystems fair sind und welche, deiner Meinung nach, geändert werden sollten. Hauptfragen Wie versuchen Kanadas Justizsystem und der Youth Criminal Justice Act jugendliche Straftäter fair und angemessen zu behandeln? Welche Rolle spielen kanadische Bürger und Organisationen bei der Fairness und Gerechtigkeit von Kanadas Justizsystem für Jugendliche? Welche Themen könnten die Hinweise auf dieser Seite ansprechen? In diesem Foto sieht man die Justizstatue im Gerichtsgebäude von Vancouver, B.C. Die Statue hat verbundene Augen und hält eine Waage. Wenn du eines Verbrechens angeklagt wärst, würdest du dann auch wollen, dass die Justiz blind ist? Warum? Was sollte die Justiz für dich in die Waagschale werfen? Nichts ist wichtiger als Justiz und eine gerechte Gesellschaft. Nur so können sich Männer, Frauen und Kinder entwickeln. Nur so kann man soziale Dauerhaftigkeit und Sicherheit erhalten. Ohne Justiz hätten wir in diesem Land keine Rechte, keinen Frieden und keinen Wohlstand. Wir erkennen, dass verlorene Justiz nur mit großen Schwierigkeiten wiederhergestellt werden kann. Wir Kanadier haben ein gutes Justizsystem, das von vielen Ländern der Welt beneidet wird. Lasst uns unsere Herausforderungen ehrlich angehen, damit unser Justizsystem stark und effektiv bleibt. Strich, aus Bemerkungen der Ehrenwerten Beverly McLaughlin an den Empire Club, 8. März, 2007 Beverly McLaughlin wurde 2000 zur Vorsitzenden des obersten Gerichtshofs von Kanada ernannt. Auf welche Herausforderungen an das Justizsystem weist Richterin MC Lachlin hin? In einer gerechten Gesellschaft werden Gesetze fair und konsequent eingesetzt. Stimmst du mit Richterin MC Lachins? Äußerung über ein, dass nichts wichtiger ist, als die Justiz und eine gerechte Gesellschaft. Warum oder warum nicht? Entwerfe eine Multimedia-Präsentation, die deine Meinung zu Themen über die Justiz für Jugendliche darstellt. Deine Rolle Der Justizminister hält ein Forum, um das Bewusstsein für den Youth Criminal Justice Act und die Jugendjustiz zu fördern. Er lädt Schüler ein, am Forum teilzunehmen, indem sie eine Multimedia-Präsentation zusammenstellen, um ihre Gedanken zu fragen, der Jugendjustiz zu äußern. Deine Forschung und Präsentation sollten folgende Frage beantworten. Sollte das Justizsystem strenger mit Jugendlichen umgehen, die Straftaten begehen? Deine Präsentation Deine Multimedia-Präsentation sollte sich darauf konzentrieren, wie das Justizsystem Jugendliche behandelt, die eine Straftat begehen? Ein Verständnis der Legislation, die jugendliche Straftäter betrifft. Kenntnis von Meinungen und Ansichten über die Justiz für jugendliche Straftäter. Ein Bericht über deine Position vor und nach deiner Forschung. Wenn du die Ansichten von anderen verstehst und den Gesetzgebern deine eigene Meinung mitteilst, kannst du Entscheidungen der Regierung beeinflussen. Das betrifft die Lebensqualität aller Kanadier. Bevor ich etwas über ein Thema lerne, glaube ich gewöhnlich, dass meine Meinung richtig ist. Ich muss mich daran erinnern, dass andere Menschen ihre eigene Meinung zu dem Thema haben. Vielleicht geht es dir wie mir, manchmal weiß ich nicht viel über ein Thema. Also muss ich es erforschen, um mehr darüber herauszufinden. Ich hinterfrage, was andere darüber zu sagen haben, um eine bessere Idee davon zu bekommen, worüber sie sprechen. Los geht und Apos, es Sollte das Justizsystem strenger mit Jugendlichen umgehen, die eine Straftat begehen? Was meinst du zu diesem Thema? Was könnten andere Meinungen und Ansichten darüber sein? Wie kann man ihre Gültigkeit bestimmen? Vergleiche für die Kapitelaufgabe deine Position zu dem Thema mit der Forschung, die du darüber machst. Versuche das, um dir den Einstieg zu erleichtern. Vor deiner Forschung Frage, sollte das Justizsystem strenger mit Jugendlichen umgehen, die eine Straftat begehen? Meine Position, ich glaube, dasselbe. Begründungen Die Begründungen für meine Position sind Tausche dich vor der Forschung mit deinen Klassenkameraden über deine Position aus. Sind ihre Positionen ähnlich oder anders? Welche Ansichten hältst du für gültig? Bist du über die Meinungen der anderen überrascht? Hast du etwas festgestellt, was du vorher nicht gewusst hast? Hast du deine Meinung aufgrund ihrer Argumente und Ansichten geändert? Während du das Kapitel bearbeitest, bekommst du viele Gelegenheiten, neue Informationen und Ansichten zu erlernen, ihre Gültigkeit zu bestimmen und eventuell sogar deine Meinung zu ändern. So kannst du neue Hinweise und Ideen sammeln. Das habe ich über den Youth Criminal Justice Act erfahren. Hier sind die Ansichten und Perspektiven, die ich entdeckt habe. Diese Information ist gültig nicht gültig, weil Meine anfängliche Position zum Thema Ich glaube, dasselbe Nach der Forschung Meine Einstellung Hat sich geändert Ist unverändert geblieben, weil Was machen Kanadas Justizsystem und der Youth Criminal Justice Act, um mit jugendlichen Straftätern fair und gerecht umzugehen? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt liest du über Kanadas System für Jugendjustiz und wie man mit Jugendlichen umgeht, die das Gesetz brechen. Hier findest du Die wahre Geschichte über ein Mädchen, das mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und wie die Justiz darauf reagiert hat. Die Ziele des Youth Criminal Justice Act, YCJA Dieses wichtige Stück Legislation betrifft alle junge Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Zeitungsartikel, die unterschiedliche Ansichten über die Effektivität des Jugendjustizsystems reflektieren. Statistiken, die Trends über Jugendkriminalität veranschaulichen. Was solltest du beachten? Während du den Abschnitt liest, versuche Antworten auf folgende Fragen zu finden. Mit welchen Schritten reagiert das Justizsystem auf Jugendliche? Welche Art Justiz dient den jugendlichen Straftätern, den Geschädigten und der Gemeinde am besten? Welche Vorteile und Nachteile hat der YCGA? Was sollte, deiner Meinung nach, geändert werden? Die Art und Weise, in welcher das Justizsystem fair und gerecht mit jugendlichen Straftätern umgeht. Ein Eishockey-Fan tritt gegen eine brennende Telefonzelle während eines Krawals nach einem Playoff-Spiel in Edmonton im Jahr 2006. Die Polizei verhaftete viele Menschen, Jugendliche und Erwachsene, Zuschauer und andere, um die Unruhen zu beenden und die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Überlege dir, wer sollte die Konsequenzen für solche Ereignisse tragen? Welche Konsequenzen wären gerecht? Wenn du das Gesetz brichst und erwischt wirst, kannst du nicht mehr entscheiden, was mit dir passiert. Andere Menschen, die Polizei, Anwälte, Justizausschüsse und Richter treffen jetzt die Entscheidungen über dich. Jetzt bist du nämlich Innerhalb des Justizsystems Dies ist die wahre Geschichte eines 15-jährigen Mädchens aus Alberta. Was hast du gemacht? Ich habe etwas aus einem Geschäft gestohlen. Ich wurde wegen Diebstahls unter 5000 Dollar angeklagt. Als der Alarm im Geschäft losging, liefen ich und meine Freundin davon. Die Kaufhausdetektive verfolgten uns und nahmen uns fest. Sie riefen die Polizei. Wovor hattest du am meisten Angst, als du festgenommen wurdest? Was meine Eltern und meine Freunde denken? Dass sie bestimmt sauer auf mich sind. Und ich hatte Angst, dass ich ins Gefängnis kommen würde. Was passierte dann? Die Polizei brachte uns in eine Zelle. Sie lasen unsere Rechte vor und wollten eine Stellungnahme. Dann fotografierten sie uns und sie nahmen unsere Fingerabdrücke. Wenn man verhaftet wird, hat man das Recht Zu schweigen Mit einem Anwalt, den Eltern Oder einem Erziehungsberechtigten zu sprechen Im Beisein der Eltern befragt zu werden, Sich einen Anwalt zu nehmen, wenn man vor Gericht geht Dann riefen sie meine Eltern an, um mich abzuholen. Meine Eltern waren so enttäuscht und verärgert, dass sie gar nicht wussten, was sie sagen sollten. Ich musste mit meiner Familie vor Gericht gehen Der Richter sagte, dass ich mich mit einem Jugendjustizkomitee treffen muss Ein Jugendjustizkomitee ist eine Gruppe von Freiwilligen aus deiner Gemeinde Sie arbeiten mit dir, deiner Familie und den Menschen, denen du Unrecht getan hast, um eine gerechte Konsequenz für deine Straftat zu bestimmen Ich ging mit meinen Eltern zu dem Jugendjustizkomitee Dort waren Freiwillige aus der Gemeinde und auch die Person, die ich bestohlen hatte Alle haben Fragen gestellt und ich musste erklären, warum ich das gemacht hatte Sie schlugen vor, was ich machen sollte, und wir schlossen einen Vertrag ab Der schwierigste Teil war, die Person, die ich bestohlen hatte, zu treffen, denn sie war sehr verärgert Warum denkst du könnte es für den Straftäter und das Opfer schwierig sein, einander zu begegnen? In meinem Vertrag steht, dass ich 20 Stunden Sozialdienst leisten muss, 6 Stunden Unterricht über Drogen und Alkohol nehmen muss, weil ich zu der Zeit getrunken hatte und ich muss ein Interview mit der Person, die ich bestohlen hatte, über die Auswirkungen des Diebstahls absolvieren Das muss innerhalb von 3 Monaten erledigt werden oder ich muss wieder vor Gericht Welchen Sozialdienst machst du? Ich helfe dabei, zwei Räume in einer Kindertagesstätte anzustreichen Denkst du, dass du vom Justizsystem fair behandelt worden bist? Ich glaube, dass es fair war, weil ich vorher noch nie in Schwierigkeiten geraten war und ich glaube nicht, dass ich verdient hätte, ins Gefängnis zu gehen Ich glaube, ich verdiene eine zweite Chance, um den Menschen zu zeigen, dass ich ein guter Mensch bin und kein Verbrecher Denkst du, dass die Konsequenzen für diese jugendliche Straftäterin fair waren, für sie und für die Person, die sie geschädigt hat? Warum oder warum nicht? Welche anderen Konsequenzen hätte sie vielleicht tragen müssen? Wie hast du dich verändert? Ich habe eine andere Einstellung Ich verstehe, dass es ernste Konsequenzen hat, wenn man stiehlt, zum Beispiel Sozialdienst leisten Man verliert auch das Vertrauen seiner Eltern und andere Eltern wollen nicht, dass man mit ihren Kindern zusammen ist So verliert man Freunde Ich denke, das Ganze hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, weil ich für meine Tat eingestanden und meinen Verpflichtungen nachgekommen bin Was hatte, deiner Meinung nach, den größten Einfluss auf die Verhaltensänderung dieser jugendlichen Straftäterin? Warum? Welche Lehre kannst du aus ihrer Geschichte ziehen? Wie unterscheidet sich das Jugendjustizsystem vom Justizsystem für Erwachsene? Die Legislation in Kanada ist anders für Jugendliche, die das Gesetz brechen, als für Erwachsene, die das Gesetz brechen Der Youth Criminal Justice Act, YCJA, wurde 2003 im Parlament verabschiedet Seit 1890 hat Kanada Gesetze wie der YCJA die jugendliche Straftäter anders behandeln, als erwachsene Straftäter Kanadas Justizsystem Der Youth Criminal Justice Act, YCJA Dieses Gesetz legt die Konsequenzen fest, die Jugendliche für Straftaten tragen müssen Jugendliche Straftäter Betrifft 12- bis 17-Jährige, die gegen das Gesetz verstoßen Gestattet manchen jugendlichen Straftätern Konsequenzen wie soziale Beratung oder Sozialdienst Verbietet Erwachsene Strafen für Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Gestattet jedoch Erwachsene Strafen für Jugendliche ab 14 Jahren, die schwere Verbrechen begangen haben Beschützt die Privatsphäre jugendlicher Straftäter Nachrichtenmedien dürfen ihre Namen nicht bekannt geben, außer wenn sie eine Erwachsene Strafe bekommen Gestattet den meisten jugendlichen Straftätern, kein Vorstrafenregister zu bekommen Das Strafgesetzbuch von Kanada Dieses Gesetz legt die Konsequenzen fest, die Erwachsene für Straftaten tragen müssen Erwachsene Straftäter Betrifft Erwachsene, die gegen das Gesetz verstoßen Bestimmt, dass man gewöhnlich als Konsequenz für Straftaten vor Gericht kommt Legt Erwachsene Strafen fest, was für manche Straftaten lange Gefängnisstrafen bedeuten kann Gestattet die Bekanntgabe der Namen von Straftätern Erstellt für die meisten Straftäter ein Vorstrafenregister Beantworte anhand der Informationen auf dieser Seite folgende Fragen Wie würde ein Vorstrafenregister deine Lebensqualität beeinflussen? Wie könnte es deine Identität beeinflussen? Warum denkst du ist es wichtig, ein separates Justizsystem für Jugendliche zu haben? Verbindung zu den großen Ideen Erster erinnere dich an die Geschichte von dem Mädchen, das das Gesetz gebrochen hat, Seite 61 bis 63 Erstelle ein Ablaufdiagramm darüber, was innerhalb des Justizsystems mit ihr geschehen ist Vergleiche dein Ablaufdiagramm mit dem auf Seite 66 Welche Schritte des Jugendjustizsystems hat das Mädchen durchlaufen? Welche Aspekte ihrer Erfahrung findest du am wichtigsten für die Beurteilung, ob das Jugendjustizsystem fair und gerecht ist? Überlege dir, wie dein Ablaufdiagramm zum Beweismittel für deine Kapitelaufgabe werden kann Im Kompetenzbereich auf Seite 348 kannst du Tipps zur Erstellung von Tabellen und Diagrammen finden Zweiter denke darüber nach, was du gelernt hast, um deine eigenen Ansichten besser zu bewerten Als Hilfe kannst du folgende Fragen verwenden Ja Wie stehe ich zu meiner Meinung? Wie berücksichtige ich die Standpunkte von anderen? Wie kann ich die Aussagen prüfen und zusätzliches Beweismaterial finden? Nein Werde ich Informationen berücksichtigen, die mich vielleicht dazu bringen, meine Meinung zu ändern? Werde ich meine Position aufgrund dessen, was ich gelernt habe, überdenken? Was könnte ich tun, um ein besserer Denker zu werden? Ich könnte Welche Konsequenzen müssen junge Menschen tragen, wenn sie das Gesetz brechen? Wenn eine junge Person das Gesetz bricht, helfen mehrere Behörden und Beamte des juristischen Apparates bei der Entscheidung, was passieren wird Das Ablaufdiagramm auf dieser Seite zeigt die möglichen Konsequenzen Wenn zwei junge Menschen im gleichen Alter die gleiche Straftat begehen, würdest du erwarten, dass beide die gleichen Konsequenzen tragen müssten? Nach dem YCJA kann das so sein, muss aber nicht In welchem Maße ist diese Einstellung gerecht? Bestehen andere Umstände? Sternchen berücksichtige alle Menschen, die im Ablaufdiagramm mitwirken Wie drückt es die Sorge der Kanadier um faire und gerechte Justiz für Jugendliche aus? Junge Person begeht eine Straftat Polizist klagt die junge Person an Polizist klagt die junge Person nicht an Verwandt die junge Person Das kann auch einen Brief an die Eltern der jungen Person einschließen Bevor der YCJA in Kraft trat, wurde jede junge Person, die eine Straftat begangen hatte, angeklagt und musste vor Gericht gehen Das bedeutete oft, dass Jugendliche Straftäter über längere Zeit nicht für ihre Taten zur Verantwortung gezogen wurden, da die Gerichte mit vielen Fällen und Straftätern beschäftigt sind Die Konsequenzen hatten oft nichts mit den Menschen und Gemeinden zu tun, die von der Straftat betroffen waren Aufforderung, denke kritisch Wie wichtig ist es, wenn man etwas falsch gemacht hat, dass man die Konsequenzen möglichst schnell trägt? Warum, wie wichtig ist es, dass man Unrecht wieder gut macht, besonders, wenn es andere Menschen betrifft? Gericht Richter Gibt der jungen Person eine Strafe, die vielleicht folgendes umfasst Sozialdienst Sozialberatung Gefängnisstrafe Eintrag ins Vorstrafenregister Entschädigung, wie die Zahlung für beschädigtes Eigentum Gericht Der Staatsanwalt Ein Anwalt, der mithilfe von Beweismaterial zeigt, dass eine Person das Gesetz gebrochen hat Programme, die erfordern, dass die junge Person Maßnahmen erfüllt, die konzipiert werden von Einem Jugendjustizkomitee oder Sentencing Circle Sozialarbeitern und anderen Experten Die Maßnahmen umfassen vielleicht Sozialdienst, Suchtberatung, psychische Beratung, der geschädigten Person zu helfen und andere Schritte Die junge Person schließt das Programm ab Überweist die junge Person an ein Programm, das Hilfe leistet Freiwillige aus der Gemeinde Programme, die erfordern, dass die junge Person Maßnahmen erfüllt, die konzipiert werden von Einem Jugendjustizkomitee oder Sentencing Circle Sozialarbeitern und anderen Experten Die Maßnahmen umfassen vielleicht Sozialdienst, Suchtberatung, psychische Beratung, der geschädigten Person zu helfen und andere Schritte Die junge Person schließt das Programm ab Welche Umstände bestimmen die Konsequenzen, die jugendliche Straftäter tragen müssen? Der YCJA erlaubt Polizei, Staatsanwälten, Richtern und Experten zu bestimmen, was mit jedem jugendlichen Straftäter passiert Sie bedenken Umstände wie Die Schwere der Straftat Zum Beispiel ist eine gewalttätige Straftat schwerwiegender als eine Straftat ohne Gewalt Die Geschichte der jungen Person Jemand, der schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, muss vielleicht ernstere Konsequenzen tragen, als ein Ersttäter Die Haltung der jungen Person Eine junge Person, die Verantwortung für ihr Handeln übernimmt, trägt nicht so ernste Konsequenzen wie eine Person, die sich weigert, das zu tun Die Umstände der jungen Person Das Handeln der jungen Person kann durch Drogenmissbrauch oder eine schwierige Situation zu Hause oder in der Gemeinde hervorgerufen worden sein Die Unterstützung durch einen Sozialarbeiter kann hier sinnvoller sein als die Konsequenzen des Justizsystems Was denkst du, sollte das Gesetz auf jeden gleich angewendet werden, egal, welche Umstände vorliegen? Warum? Polizisten in ganz Kanada einschließlich der RCMP bemühen sich, junge Menschen über das Gesetz zu unterrichten Oft sind sie Trainer und Berater Überlege dir, wie könnte diese Arbeit die Gerechtigkeit des Justizsystems beeinflussen? Innerhalb des YCJS Ein Interview mit Anne McLaren Frage Warum unterscheidet der YCJA zwischen jugendlichen Straftätern und erwachsenen Straftätern? Junge Menschen sollten bis zu einem bestimmten Alter nicht wie Erwachsene behandelt werden Sie verstehen ihr Handeln nicht so, wie wir es von Erwachsenen erwarten Wenn man mit jungen Menschen spricht und ihre Reaktionen auf Situationen beobachtet, sieht man, dass sie anders als Erwachsene sind Sie sind noch dabei, ihre Ansichten zu entwickeln Auch hat eine junge Person, die eine Straftat begangen hat, eine bessere Chance, ihr Leben zu ändern als ein erwachsener Straftäter Frage Was sollte jede junge Person über den YCJA wissen? Dass es eine ernste Sache ist Wenn du jemanden verletzt oder etwas zerstörst, musst du die Konsequenzen tragen Der YCJA legt diese Konsequenzen fest Wir können darüber diskutieren, ob die Konsequenzen zu leicht oder zu streng sind, aber es wird Konsequenzen geben Frage Sollten junge Menschen ihre Ideen zur Jugendjustiz beitragen? Ja, ich glaube, das ist äußerst wichtig Als wir der YCJA erstellt haben, haben wir eine große Gruppe junger Leute unterschiedlicher Herkunft aus ganz Kanada zur Rate gezogen Manche waren mit dem Gesetz in Konflikt geraten und hatten das Justizsystem erlebt Andere waren Sprecher ihrer Schulen Wir wollten hören, wie sie ihre Verantwortung verstanden und wie sie glaubten, dass die Gesellschaft junge Leute behandeln sollte Sie äußerten ihre Meinungen darüber, welche Situationen in der Schule geregelt werden sollten und wann das Gericht eingeschaltet werden sollte Junge Menschen können wirklich einen wichtigen Beitrag als Freiwillige in ihren Schulen leisten, indem sie mit denen arbeiten, die gegen Regeln oder den Verhaltenskodex verstoßen haben Davon profitieren nicht nur diejenigen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sondern auch die Freiwilligen Es macht das Thema zu einer gemeinsamen Verantwortung Auf diese Weise sollten wir auch als Gesellschaft versuchen, Probleme zu lösen Anne McClellan macht einige Vorschläge, wie junge Menschen sich an Jugendjustiz beteiligen können Was denkst du, wie könnte dies das Justizsystem verbessern? Stimmst du damit überein, dass junge Menschen ihr Handeln anders verstehen als Erwachsene? Warum oder warum nicht? Anne McClellan war Justizminister von Kanada, als der YCJA 2003 in Kraft trat Sie war daran beteiligt, das Gesetz zu entwickeln und verteidigte es in Debatten im Unterhaus, House of Commons Überlege dir, warum ist es sinnvoll zu wissen, was Anne McClellan über den YCJA und die Jugendjustiz zu sagen hat Was sind die Ziele des YCJS? Die folgenden Grundsätze gelten im YCJA a. Das Justizsystem für Jugendkriminalität soll i. Straftaten verhüten, indem es sich mit den Umständen auseinandersetzt, die zum Fehlverhalten der jungen Person geführt haben Zum Beispiel benötigt eine junge Person vielleicht Beratung wegen Alkohol oder Drogenmissbrauch oder Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung familiärer Probleme Zwei junge Menschen, die Straftaten begangen haben, rehabilitieren und sie wieder in die Gesellschaft integrieren Das bedeutet, dass man jugendlichen Straftätern Kenntnisse und Fähigkeiten bereitstellt, damit sie in Zukunft positive Entscheidungen treffen können und ihnen hilft, sich positiv in ihrer Gemeinde zu engagieren z.B. sich einer Sportmannschaft oder einer Aktionsgemeinschaft anzuschließen 3. sicherstellen, dass die junge Person sinnvolle und bedeutsame Konsequenzen für ihre Straftat trägt, um den langfristigen Schutz der Gesellschaft zu sichern Z.B. wenn eine junge Person den Besitz einer anderen Person beschädigt hat, sollte sie ihr Verhalten der geschädigten Person erklären und den Schaden reparieren oder ersetzen b. Die Strafjustiz für junge Menschen muss von dem für Erwachsene getrennt werden und ihren reduzierten Reifegrad berücksichtigen Jugendliche Straftäter können für ihr Handeln nicht im gleichen Maße verantwortlich gemacht werden wie Erwachsene und sollten deshalb nicht die gleichen Konsequenzen tragen müssen Wie bemühen sich die einzelnen Ziele des YCJS, Gerechtigkeit für junge Menschen zu schaffen? Für die Geschädigten? Für die Gemeinde? Polizeikräfte in ganz Kanada ob lokal, provinzial oder föderal sind für die Aufrechterhaltung des YCJA verantwortlich Diese Polizisten in Calgary machen sich die Mühe, Informationen über die persönlichen Lebensumstände von jungen Menschen zu sammeln Überlege dir, in welchem Umfang sollten individuelle persönliche Umstände Einfluss auf die Justiz haben? Wie hat der YCJA die Zahl der Jugendlichen beeinflusst, die für Verbrechen angeklagt werden? Durch den YCJA werden weniger junge Menschen für ihre Straftaten angeklagt, weil die Polizei jugendlichen Straftätern andere Konsequenzen verordnen kann Wie effektiv ist diese Strategie laut des Diagramms? Wusstest du das? Die meisten jugendlichen Straftäter kommen nur einmal mit dem Gesetz in Konflikt Aber, je jünger eine Person ist, wenn sie zum ersten Mal das Gesetz bricht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie wieder straffällig wird Studie von Statistics Canada 2005 Verbindung zu den großen Ideen Erster Denk über den Prozess für jugendliche Straftäter nach Verwende eine Bewertungsskala und zeige, in welchem Maße du den Prozess fair und angemessen findest Bist du der Meinung, es müsste etwas hinzugefügt oder geändert werden? Äußerst fair und angemessen Nicht fair und angemessen Unterstütze deine Bewertung mit Nachweisen Du kannst deine Schlussfolgerung als Teil deiner Kapitelaufgabe verwenden Zweiter berücksichtige jedes Ziel des YCJS Welches Ziel betrifft wen am meisten? Jugendliche Straftäter, die Geschädigten oder jeden in der Gesellschaft Warum? Erstelle eine Tabelle, um deine Ideen zu ordnen und zu reflektieren Füge hinzu oder ändere, was du für nötig hältst Sind die Konsequenzen für jugendliche Straftäter Angemessen? Diese Zeitungsartikel zeigen, dass Kanadier unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie das Justizsystem mit jugendlichen Straftätern umgehen sollte Was ist die Hauptidee der einzelnen Artikel? Was sagen sie über die Gerechtigkeit und Angemessenheit des Justizsystems aus? Automatisch erwachsene Gefängnisstrafen für Jugendliche im Visier? Canwest News Service, 5. Februar, 2007 Die konservative Regierung beabsichtigt, einen Gesetzentwurf vorzulegen, wonach jugendliche Straftäter strenger behandelt werden sollen Die geplanten Änderungen des YCJS zielen darauf ab, und emp, quod, jugendliche Straftäter vor ihren Opfern und der Gemeinde zur Rechenschaft zu ziehen, und emp, quod. Jean-Five Breton, Sprecherin von Justizminister Rob Nicholson bemerkte, und emp, quod, wir wurden aufgrund des Versprechens gewählt, unser Strafjustizsystem, einschließlich YCJA, stärker zu machen, und emp, quod. Eine Änderung könnte sein, dass jugendliche Wiederholungstäter oder Gewaltverbrecher ab 14 Jahren automatisch Strafen wie Erwachsene bekommen. Nach dem jetzigen Gesetz bestimmt der Richter die Strafe je nach Fall. Eine weitere vorgeschlagene Änderung könnte Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die für schwere Gewaltverbrechen angeklagt werden, betreffen. Danach dürften die Namen der Straftäter veröffentlicht werden, außerdem bekämen sie ein Vorstrafenregister. Adaptiert aus einem Artikel von Janice Tibbetts Der erste Artikel auf dieser Seite vertritt die Meinung, dass jugendliche Straftäter durch härtere Strafen besser für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Stimmst du dieser Aussage zu? Justizsystem benachteiligt Ureinwohner 16. Oktober 2006 Ottawa, in einem heute veröffentlichten Bericht steht, dass jugendliche Straftäter der Ureinwohner in jüngerem Alter und für längere Zeit inhaftiert werden als andere jugendliche Straftäter. Er beklagt auch, dass in Kanadas Strafvollzug laufend diskriminiert wird und Ureinwohner nicht kulturell angemessen behandelt werden. Der Bericht stammt vom kanadischen Justizvollzugsermittler, der Kanadas Gefängnisse im Namen des Volkes und der Regierung überwacht. Manche First Nations halten das kanadische Justizsystem prinzipiell für ungerecht, denn sie betrachten es als eine ausländische Regierungsform, die ihnen durch den Kolonialismus aufgezwungen wurde. Basiert auf der Forschung von Ereignissen, Ansichten und Perspektiven Vic Teys, ehemaliger Justizminister der konservativen Regierung, schlug vor, das Alter, in dem Kinder unter dem YCJA angeklagt werden können, von zwölf Jahren auf zehn Jahre herabzusetzen. Der Vorschlag stammte aus den Richtlinien der konservativen Partei und M-Quot, hart gegen Kriminalität vorzugehen und M-Quot. Aufforderung Denke kritisch Wie sollte der Respekt für die Identität das Jugendjustizsystem formen? Man sieht, dass Gerechtigkeit geschieht. Drayton Valley Western Review, 6. Februar 2007 Ich kann nichts darüber sagen, was in den Gerichtssälen außerhalb von Drayton Valley passiert, weil ich noch nie in einem gewesen bin. Aber ich habe mich gründlich mit dem Gericht in unserer Stadt befasst und kann daher sagen, dass die Behauptung, jugendliche Straftäter kämen in der Regel glimpflich davon, ganz und gar falsch ist. Es wird sich sehr darüber beklagt, dass das Justizsystem die Bedürfnisse der Opfer nicht angemessen berücksichtigt. In einem Fall in Drayton Valley jedoch musste vor kurzem der Straftäter dem Opfer 25.000 Dollar zahlen. Ich wiederhole, ich kann nur für Drayton Valley sprechen, aber ich kann behaupten, dass die Bedürfnisse der Opfer vor Gericht an erster Stelle stehen. Sie müssen das nicht glauben. Die Gerichtssäle im ganzen Land sind öffentlich zugängig und jeder kann hingehen und die Arbeit der Justizverwaltung beobachten. Wenn Sie sich über Kriminalität in der Gemeinde Sorgen machen, schlage ich vor, Sie sehen sich das selbst mal an. Nach einem Artikel von Graham Long Was macht Jugendjustiz nach der Meinung von Herrn Longfair? Gewalttätige jugendliche Straftäter müssen identifiziert werden. Infolge einer unbegreiflichen Tragödie wurde ein 13-jähriges Mädchen wegen dreifachen Mordes verurteilt. Die Einzelheiten des Verbrechens hörten sich zutiefst beunruhigend an. Aber ein entscheidender Fakt muss der Öffentlichkeit vorenthalten werden und zwar der Name der Mörderin. Nach dem YCJA darf der Name des Mädchens nicht veröffentlicht werden. Das Gesetz hat das Ziel, junge Menschen vor dem Licht der Öffentlichkeit zu schützen, sodass sie bessere Chancen haben, in die Gemeinschaft zurückzukehren. Diese Vorgehensweise ist bei Einzelfällen wie Ladendiebstahl oder Vandalismus zu begrüßen. Es wird der Öffentlichkeit aber kein guter Dienst erwiesen, wenn die Namen von verurteilten Jugendlichen bei Fällen schwerster Gewalt geheim gehalten werden. In solchen Fällen steht für die Gemeinde eine Menge auf dem Spiel, einschließlich der öffentlichen Sicherheit. Kanadas Gesetzgeber sollten das Gesetz neu überarbeiten. Der Schutz der Identität einer verurteilten Mörderin dient weder der Gemeinde noch der Sache der Gerechtigkeit. Verkürzte Version eines Leitartikels aus dem Edmonton Journal, 11. Juli 2007 Was denkst du, ist die Privatsphäre jugendlicher Straftäter wichtiger oder die öffentliche Sicherheit? Warum? Wie wirkt sich Kriminalität auf die Lebensqualität und Identität der Opfer aus? In welchem Maße sind das wichtige Faktoren für die Bestimmung der Konsequenzen junger Straftäter? Das Problem identifizieren und ansprechen Welche Themen werden auf den Seiten 72 und 73 angesprochen? Welche Möglichkeiten und Herausforderungen schafft das Justizsystem für den Aufbau einer Gesellschaft, zu der Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, Perspektiven und Identitäten gehören? Schlage die Schritte in das Problem Identifizieren und Ansprechen auf Seite 12 und 13 nach Wie liest man eine politische Karikatur? Politische Karikaturen äußern eine Meinung zu einem Thema Diese Form der Kommunikation hat das Ziel, den Leser zu überzeugen Die meisten politischen Karikaturen verwenden Humor für ernsthafte Zwecke, um einen Standpunkt zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Regierungsentscheidungen oder Nachrichten zu äußern Die Schritte hier helfen dir, eine politische Karikatur zu lesen Welche Symbole verwendet die Karikatur? Karikaturen verwenden Symbole, wie sorgfältig ausgewählte Objekte und Menschen, die für Ideen stehen Diese Karikatur zeigt eine Gefängniszelle für jugendliche Straftäter und eine junge Person Das Jugendjustizsystem bestraft junge Menschen, die gegen das Gesetz verstoßen haben, manchmal mit Gefängnis Das Gefängnis repräsentiert deshalb vielleicht das Jugendjustizsystem Die junge Person war im Gefängnis und symbolisiert deshalb vielleicht jugendliche Straftäter Welche Situation zeigt die Karikatur? Karikaturen stellen Situationen dar und übertreiben einzelne Aspekte der Ereignisse, um einen Standpunkt zu einem Thema zu äußern Die Fußspuren weisen darauf hin, dass jemand die junge Person ins Gefängnis gesperrt hat und dass die junge Person leicht wieder herausgekommen ist Die Stangen der Zelle sind zu weit auseinander, um sie zu stoppen Was sagt der Gesichtsausdruck der jungen Person über seine Einstellung aus? Was ist die Botschaft? Die Botschaft einer Karikatur ist der Hauptgedanke oder Standpunkt, den der Künstler zu einem Thema äußert Versuche, die Situation in der Karikatur in einem Satz zusammenzufassen Du könntest zum Beispiel sagen, das Gefängnis hat die junge Person nicht gestoppt Wiederhole den Satz, aber dieses Mal mit Worten, die die Symbole beschreiben Das Jugendjustizsystem stoppt jugendliche Straftäter nicht Was denkst du über die Botschaft dieser Karikatur? Was kannst du? Erstelle eine politische Karikatur zu einem Thema über Jugendjustiz Auf Du? Seite 373 im Kompetenzbereich findest du Tipps dazu Zeige deine Karikatur einem Partner Vergleicht eure Themen und Präsentationen Reiche deine Karikatur bei deiner Schulzeitung oder bei einem Gemeindeblatt ein Kompetenzbereich Verbindung zu den großen Ideen Erster Schreibe eine E-Mail oder einen Brief an den Justizminister über deine Ansichten zum YCJA Überlege dir diese Frage, sollte das YCJA geändert werden, damit es fairer und angemessener für junge Menschen ist Verwende eine Tabelle wie diese, um deine Ideen zu ordnen Gründe für Das Thema Gründe gegen Meine Schlussfolgerung Ich bin der Meinung Weil Zweite Herausforderung Entwickelt ein Rollenspiel, in dem eine junge Person mit dem Gesetz in Konflikt gerät und das Justizsystem durchläuft Überlegt euch, welche Konsequenzen er oder sie tragen muss Überlegt, ob ihr diese Szenarien in eurem Rollenspiel verwenden wollt 14-Jährige werden wegen Mobbing, Bullying, angeklagt Eine 17-Jährige und eine 13-Jährige werden wegen Körperverletzung angeklagt 15-Jährige werden wegen Vandalismus angeklagt Dritte Herausforderung Suche online und in Zeitungen nach Artikeln über junge Menschen, die für ihre Straftaten angeklagt wurden Fasse die Informationen jeder Quelle zusammen Suche nach Unterschieden und Ähnlichkeiten Haben diese Artikel deine Ansichten über Jugendjustiz geändert? Warum oder warum nicht? Wie könntest du diese Artikel als Beweismaterial für deine Kapitelaufgabe verwenden? Wie kann man die Gültigkeit und Autorität von Informationen feststellen? Bis jetzt hast du in diesem Kapitel der YCJA kennengelernt und über Ansichten und Perspektiven zu Themen der Jugendjustiz nachgedacht Welche zusätzlichen Informationen hast du im Internet, in Büchern, Zeitungen und anderen Quellen gefunden? Wie kannst du bestimmen, welche Informationen du für deine Kapitelaufgabe verwenden willst? Du brauchst Quellen mit Autorität, um über das Thema Jugendjustiz zu sprechen Du musst die Informationen identifizieren, die gültig und richtig sind Ich möchte gern wissen, welche Art von Informationen es ist Deshalb prüfe ich, ob es eine Primärquelle oder eine Sekundärquelle ist und welchem Zweck sie dient Ich überlege mir, ob die Informationen richtig sind und wie ich das bestätigen kann Informationen unterstützen deine Ansichten und Ideen Deshalb ist es wichtig zu wissen, welches Informationsmaterial glaubwürdig ist Wie stellt man fest, ob Informationen gültig sind? Wenn ich bewerte, ob die Informationen gültig sind, überlege ich, ob sie stark, schwach oder voreingenommen sind Ich überprüfe, wie viele Fakten es gibt und wie viel emotionale Sprache verwendet wird Ich überlege mir, ob die Informationen meine Position zu dem Thema ändern könnten Was du über die Ansichten und Perspektiven von anderen weißt bestimmt, wie du angesehen wirst, welche Art Bürger du bist Deshalb überprüfe ich die Menschen und Informationen, die in der Quelle angegeben werden und ob die Menschen über ihre eigene Identität sprechen Ich überprüfe, ob die Quelle Menschen mit unterschiedlichen Identitäten berücksichtigt Versuch das mal Um deine Kapitelaufgabe noch besser zu erforschen, probiere die folgenden Aktivitäten Sie helfen dir bei der Bewertung von Ansichten, Perspektiven und Informationen über die Frage Sollte das Justizsystem Jugendliche, die eine Straftat begangen haben, härter bestrafen? Diese Checkliste hilft dir, die Autorität und Gültigkeit von Informationen zu bestimmen Gültigkeit und Autorität von Informationen Hat der Sprecher Erfahrung oder Qualifikationen, um über das Thema zu sprechen? Stammen die Informationen aus einer reputablen Quelle? Vertritt die Quelle Fakten, Meinungen oder Voreingenommenheiten? Vertritt die Quelle ausgeglichener Ansichten und Perspektiven? Hilft die Quelle bei deiner Forschung? Überlege dir, warum sind Interviews effektive Mittel, um Informationen zu sammeln? Welche Rolle spielen kanadische Bürger und Organisationen für die Fairness und Angemessenheit im kanadischen Jugendjustizsystem? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt erfährst du, wie Staatsbürger am Justizsystem mitwirken, um es fair und angemessen zu machen Hier findest du Eine wahre Geschichte über eine Bürgerin, die als Geschworene eingesetzt wurde Eine Beschreibung von zwei Gruppen, die Menschen helfen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind Ein Interview mit Ältesten der First Nations über ihre Ansichten zur Justiz Diese Schüler aus Ontario besuchten im Rahmen ihrer Schulausbildung einen Gerichtssaal, um mehr über das Justizsystem zu erfahren Überlege dir, wie wichtig ist es, die Verantwortungen eines Staatsbürgers im Justizsystem zu kennen? Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte auf Die Rollen und Verantwortungen von Staatsbürgern im Justizsystem, einschließlich der Rollen von Geschworenen, Anwälten und Ältesten Meinungen über Probleme mit dem Justizsystem und Vorschläge, wie man Kriminalität verringern könnte Welche Verantwortung haben Geschworene? Was ist eine Jury? Nach dem YCJA kann eine Person ab 14 Jahren von einem Richter und Geschworenen verurteilt werden, wenn es um schwere Straftaten wie Körperverletzung oder Mord geht Für diese Straftaten besteht die Jury immer aus zwölf Personen Alle zwölf müssen sich auf ein Urteil einigen Ihre Entscheidung muss einstimmig sein Jeder kanadischer Staatsbürger ab 18 Jahren kann als Geschworener berufen werden Es gibt jedoch Ausnahmen, zum Beispiel werden bestimmte vorbestrafte Personen nicht berufen Es ist die Pflicht eines kanadischen Staatsbürgers, den Dienst als Geschworener zu leisten Wenn man aufgefordert wird, Geschworener zu sein, muss man pünktlich bei Gericht erscheinen Man muss sich um geeignete Transportmittel kümmern, sich von der Arbeit oder von Klassen freistellen lassen und Termine verlegen Ein Arbeitsgeber hat die Pflicht, den Arbeitnehmer für den Dienst als Geschworener freizustellen, muss ihm aber keinen Lohn bezahlen Man kann sich vom Dienst als Geschworener nur befreien lassen, wenn man nachweisen kann, dass man dadurch unverhältnismäßige Nachteile erleiden würde Geschworene leisten den Eid, dass sie nur Beweise und das Gesetz verwenden, um zu einem Urteil zu kommen Überlege dir, was sagt dieser Eid darüber aus, welchen Einfluss die Geschworenen auf die Fairness und Gerechtigkeit des Jugendjustizsystems haben Wusstest du das? Hier sind einige Begriffe, die Geschworene kennen sollten Verteidigung Zur Verteidigung gehört alles, was die Unschuld der angeklagten Person beweist In einem Gerichtssaal führt der Anwalt der Beklagtenpartei die Verteidigung Die Verteidigung kann Zeugen und Beweismaterial wie DNA, Proben und Objekte beinhalten Anklagevertretung Zur strafrechtlichen Anklage gehört alles, was die Schuld der angeklagten Person beweist Sequestrieren Sequestrieren bedeutet die Isolation der Jurymitglieder Eine Jury wird sequestriert, um sicherzustellen, dass sie nur Beweismaterial betrachtet, das im Gerichtssaal präsentiert wird Das ist die wahre Geschichte einer Albertanerin Die 2005 als Geschworene berufen wurde Eines Tages bekam ich einen Brief, in dem mir mitgeteilt wurde, sie müssen als Geschworene vor Gericht erscheinen Wenn sie nicht erscheinen, kann ihnen eine Geld- oder Gefängnisstrafe auferlegt werden Ich bin gegangen Ich saß in einem Raum mit ungefähr 200 anderen Menschen Zwei Anwälte waren auch anwesend, einer für die Verteidigung und einer für die Anklage Zuerst wurde uns der Angeklagte persönlich vorgestellt Damit wollte man sicherstellen, dass keiner von uns ihn kannte Danach begannen sie, Namen aus einem kleinen Gefäß zu ziehen Mein Name war der zweite, der gezogen wurde Als ich aufstand, fragten mich die Anwälte nach meinem Beruf weiter nichts Beide Anwälte dürften nacheinander sagen, ob sie mich als Geschworene haben wollten Hätte einer von den beiden Nein gesagt, hätte ich gehen können, aber beide sagten Ja Ich setze mich wieder hin und wartete Sie befragten ungefähr drei Dutzend Leute, bis sie eine Jury von zwölf Mitgliedern zusammengestellt hatten Der Prozess begann an einem Mittwochvormittag Wir standen alle auf, als die Richterin den Gerichtssaal betrat Dann schwor jeder den Eid, seine Pflicht zu erfüllen Die Richterin sprach mindestens 15 Minuten mit uns Ich erinnere mich, dass sie sagte, es gibt kein nicht wirklich schuldig oder gewissermaßen schuldig Es gibt nur schuldig oder unschuldig und Apos Sie sagte, dass wir offen bleiben sollten, während wir uns das Beweismaterial anhören und erst ganz am Schluss unser Urteil bilden Wir hörten uns den ganzen Tag lang das Beweismaterial an und machten uns Notizen Geschworene bleiben während und nach einem Prozess anonym Deshalb gibt es von der Frau aus dieser Geschichte auch keine Namen und kein Foto Überlege dir, fördert oder behindert die Anonymität der Geschworenen die Justiz Donnerstagmorgen begannen wir, über den Fall zu beraten Von da an dürfte keiner mehr mit uns reden, nicht einmal der Wächter Wir begannen mit einer Abstimmung Sechs Mitglieder der Jury wollten den Angeklagten schuldig sprechen und sechs erklärten ihn für unschuldig Ich dachte mir, oh je, das wird wohl ziemlich lange dauern, bis wir hier fertig werden Wir diskutierten über das Beweismaterial und malten eine Zeitleiste, um uns besser an die Tatsachen zu halten Zwei oder drei Stunden später stimmten wir zum zweiten Mal ab Dieses Mal sagten drei schuldig und neun sagten ihn nicht schuldig Das Mittagessen wurde geliefert Ich glaube, der Wächter war überrascht, dass es so lange dauerte Schließlich bekamen wir auch unser Abendessen Um 21 Uhr wurde uns klar, wir werden heute Abend keine Entscheidung mehr treffen Also wurden wir sequestriert Das bedeutete, dass der Wächter im Auftrag des Justizsystems ein Motel besorgen musste Bevor wir zum Motel fuhren, dürfte jeder von uns einen Telefonanruf machen Ich dürfte nicht direkt mit meinem Mann böse sprechen Ich musste über den Wächter sprechen Also fragte ich den Wächter, können Sie böse ausrichten, dass ich heute Abend kein Fußball kochachen kann? Oh, und können Sie ihm auch sagen, dass ich ihn liebe? Also sagte der Wächter zu meinem Mann, oh, böse? Ich liebe dich Wir wurden mit einem nicht gekennzeichneten Bus zum Motel gefahren Jeder ging sofort in sein eigenes Zimmer Wir dürften keine Zeitung lesen, unsere Fernseher waren ausgeschaltet Wir hatten keine Computer, wir waren komplett von der Außenwelt abgeschnitten Freitagvormittag, zurück im geschworenen Zimmer dachten elf von uns Der Angeklagte sollte für unschuldig erklärt werden Aber es gab eine Frau, die unnachgiebig daran festhielt, wir sollten ihn schuldig sprechen Bei Tagesende wurde uns klar, dass wir uns nicht einigen konnten Das hieß, dass der Prozess gegen den Angeklagten wieder aufgenommen werden musste Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben, aber die Richterin war nett und dankte uns für unsere Bemühungen Als Geschworener empfindest du eine große Verantwortung Je nachdem, wie du entscheidest, kommt jemand ins Gefängnis oder nicht Verbindung zu den großen Ideen Erster, du hast gerade über die Erfahrungen einer Person gelesen, die Geschworene war Welche Beweise kannst du dafür finden, dass die Verfahren rund um Juris versuchen, beschuldigte Menschen fair zu behandeln? Was sind die wichtigsten Teile des Verfahrens, wenn es darum geht, Gerechtigkeit für den Angeklagten zu erreichen? Warum? Zweiter anhand der Geschichte, in welchem Umfang können Geschworene beeinflussen, wie streng das Justizsystem gegen einen Angeklagten vorgeht? Verwende deine Schlussfolgerung mit Beweismaterial für die Präsentation deiner Kapitelaufgabe über Justiz für Jugendliche Was machen Anwaltsvertretungen für die Justiz? Was ist eine Anwaltsvertretung? Kanada hat zwei bedeutende, von Bürgern geleitete Organisationen, die im Justizsystem mitwirken Die John-Howard-Gesellschaft und die Elizabeth-Fall-Gesellschaft Diese Organisationen arbeiten unabhängig von der Regierung Sie versuchen, die eigentlichen Ursachen für Kriminalität anzusprechen und zu lösen Sie bieten öffentliche Aufklärung über Gesetze und das Justizsystem, einschließlich des YCJS an Sie arbeiten mit Jugendlichen und Erwachsenen, die gegen das Gesetz verstoßen haben und helfen ihnen, in ihre Gemeinden zurückzukehren Zum Beispiel, sie helfen ihnen vielleicht, Arbeit und Unterkunft zu finden Manchmal arrangieren sie auch Treffen zwischen Straftäter und Geschädigten, um ihnen zu helfen, über die Sache hinwegzukommen Sie treten ein für die Rechte von Jugendlichen und Erwachsenen Angeklagten Sie fordern Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit des Justizsystems sowohl für Angeklagte, als auch für diejenigen, die durch Kriminalität geschädigt werden Die Elizabeth-Fall-Gesellschaft stellt Justizangelegenheiten für Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt Die John-Howard-Gesellschaft arbeitet mit Männern, Frauen, Jungen und Mädchen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind Welche Rolle spielt die John-Howard-Gesellschaft? Wir sind wie ein Gewissen für das Justizsystem In den letzten 20 bis 30 Jahren zeigt das Justizsystem die Neigung, mehr Gesetze, strengere Gesetze und strengere Strafen zu beschließen Die John-Howard-Gesellschaft sagt, schauen wir das Beweismaterial an Was wollen wir erreichen? Wie machen wir unsere Gemeinden sicherer? Die föderale Regierung hat eigentlich nicht viel dafür getan, zu verhindern, dass junge Menschen in Straftaten verwickelt werden geeignete Unterkunft, Arbeitsplätze, Alphabetizierung, ausreichende Nahrung, solche Sachen Das sind wesentliche Sachen und sie fehlen im Leben von vielen Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten An jedem Dollar, der für Programme der Kriminalitätsprävention ausgegeben wird wie Gemeindeentwicklungsprojekte und Freizeitbeschäftigungen für Jugendliche spart die Gesellschaft 7 Dollar bis 20 Dollar am Justizsystem, das sich mit Kriminalität befasst Die Prävention ist sowohl ökonomisch als auch sozial sinnvoll und ist damit die richtige Maßnahme Aber politisch ist sie nicht beliebt Politiker wollen schnelle und einfache Lösungen Sie wollen die nächste Wahl gewinnen Wusstest du Das Hast du schon einmal diesen Ausdruck gehört? Unwissenheit über das Gesetz ist keine Entschuldigung Das bedeutet, man hat die Verantwortung, das Gesetz zu kennen Wenn man etwas Illegales macht und ist sich nicht bewusst, dass die Tat illegal ist, kann man trotzdem angeklagt und für schuldig befunden werden Mehr als 2500 Menschen arbeiten als Freiwillige bei der John-Howard-Gesellschaft in Kanada Wie könnte die Arbeit als Freiwilliger bei dieser Anwaltsvertretung dabei helfen, Einfluss auf die Fairness und Gerechtigkeit des Jugendjustizsystems zu nehmen? Welche Rolle spielt die Elizabeth-Fahr-Gesellschaft? Nach unserer Philosophie bei Elizabeth-Fahr-Gesellschaft sollte das Justizsystem jeden Fall einzeln betrachten Jede Person, die gegen das Gesetz verstößt, ist ein Individuum und ihre Situation ist individuell Jede Person verdient es, unvoreingenommen behandelt zu werden und braucht eine sichere Umgebung, um zu heilen und zu wachsen Personen können eine schlechte Wahl treffen und in Haft enden Aber irgendwann werden sie zurück in die Gesellschaft entlassen, also muss die Gesellschaft ihnen helfen, in Zukunft bessere Bürger zu werden Wie können diese Personen lernen und sich ändern, damit sie nicht wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Sollten sie vielleicht zurück zur Schule gehen Haben sie in einem anderen Bereich Hilfe nötig? Es könnte sein, dass wir jemanden dabei helfen können, eine bessere Arbeitsstelle zu finden Vielleicht hat die Person die Schule abgebrochen, weil sie sechs Geschwister hat und in einem Lebensmittelgeschäft arbeiten musste, um die Familie zu unterstützen Die Justiz bedeutet nicht, dass man Menschen ins Gefängnis steckt, wo sie nur ihren eigenen Zorn aufbauen Das ist keine Lösung und verringert auch nicht die Kriminalität Inwiefern stimmen Bert Ortson und Jacqueline Biolo darin überein, welche Ziele das Justizsystem haben sollte? Jacqueline Biolo war zur Zeit des Interviews im Jahr 2007 Exekutivdirektorin der Elizabeth-Fall-Gesellschaft in Edmonton Verbindung zu den großen Ideen Erster informiere dich über eine der Anwaltsvertretungen in diesem Abschnitt Was tut sie, um Kriminalität zu verhindern und um Straftäter wieder in die Gesellschaft zu integrieren? Was hat ihre Arbeit mit Gemeinschaft zu tun, also mit dem Bau einer Gesellschaft, zu der alle Kanadier gehören? Zweiter prüfe deine bisherige Meinung zu der Frage, ob das Jugendjustizsystem strenger mit jugendlichen Straftätern umgehen sollte Ausgehend von deiner Meinung, würdest du in Erwägung ziehen, als Freiwilliger bei der John-Howard-Gesellschaft oder der Elizabeth-Fall-Gesellschaft zu arbeiten? Begründe deine Antwort mit den Zielen und der Arbeit dieser beiden Gruppen Welche Rolle spielen die Ältesten im Justizsystem? Nach dem YCJA können Jugendjustizkomitees Konsequenzen für junge Straftäter festlegen Diese Komitees existieren in Gemeinden, wo Freiwillige mit jugendlichen Straftätern arbeiten Jugendjustizkomitees spiegeln den Begriff der Sentencing Circle wieder Diese Kreise stammen aus den Traditionen mancher Völker der Ureinwohner, deren Justizsysteme auch Konsequenzen wie Verbannung haben Die Komitees handeln nach der Idee, dass Verstöße gegen das Gesetz allen in der Gemeinde schaden und die Gemeinde deshalb an den Lösungen beteiligt werden sollte Jede Gemeinde kann ein Jugendjustizkomitee einrichten Als geachtete Mitglieder ihrer Gemeinden spielen die Ältesten eine wichtige Rolle bei dieser Annäherung an die Justiz Wenn das Komitee zusammenkommt, beginnen wir mit einer traditionellen Rauchzeremonie, um die Dinge auf den rechten Weg zu bringen Die Zeremonie symbolisiert Wahrheit, Frieden und Verständnis Traditionelle Weisheit, Sprache und Kultur sind besonders wichtig für eine junge Person, die Führung und Beratung braucht Wir bemühen uns, der Person unser Mitgefühl zu zeigen Wir streben Wahrheit und Ehrlichkeit an Wir bemühen uns, die Person willkommen zu heißen und ihr klarzumachen, dass sie zu unserer Gemeinde gehört Dies ist der Schlüssel zu unserem Ansatz, unsere Kultur und noch wichtiger, unsere Sprache Sie gehören uns Sie sind Teil unserer Gemeinschaft und Identität und sie sind Teil der Person, die unsere Leitung nötig hat Kultur ist etwas, das im Ganzen kommt, nicht in Teilen Wir sehen auf die vier großen Richtungen, die physischen, spirituellen, emotionalen und geistigen Aspekte einer Person Wir alle brauchen eine Balance zwischen diesen Richtungen, und das ist manchmal nicht leicht Wenn man negative Einflüsse im Leben hat, ist es schwierig, die Balance wiederzufinden Kultur bildet die Wurzel unserer Identität Wir müssen eigenständig bleiben in diesem Land, das wir alle Kanada nennen Das erreichen wir am besten, indem wir unsere Traditionen, Werte und natürlich unsere Sprache pflegen Elder Rita Orge von der Big Stone Cree Nation arbeitet für das Jugendjustizkomitee in Wabaska und Desmaree in Alberta Traditionsgemäß werden die Eld Es ist von größter Wichtigkeit, sich daran zu erinnern, dass traditionelle kulturelle Weisen und Werte dynamisch sind Sie können in immer neuen Formen geäußert werden Die Ältesten der Ureinwohner wissen das am besten und immer mehr Menschen aus unserem Volk suchen ihren Rat und Beistand, Heilung und Inspiration, sowie ihre Interpretation der Gegenwart und ihre Weisung für die Zukunft Ein Ältester repräsentiert eine Person, die von der traditionellen Kultur geformt wurde, wer diese Person werden kann Die Qualität des Geistes und der Emotionen der Ältesten, ihre tiefgründige und gebildete Moral und ihre hohe Spiritualität verdienen besondere Aufmerksamkeit Sie verdienen es, dass man sie versteht und ihnen folgt Wenn man einen Ältesten anspricht, muss das mit Demut und äußerstem Repekt geschehen Es soll nichts übereilt werden, Geduld ist eine Tugend Darrell Anderson-Geritz, einer der Autoren dieses Lehrbuchs, interviewt Elder Reader Auger und übersetzte ihre Worte aus dem Kree ins Englische Er ist ein Mitglied der Big Stone Kree Nation in Alberta Diese Siksika-Trommler spielen bei einem Pauvo in Alberta Die Trommler sitzen im Kreis Diese Form ist ein wichtiger Gedanke für das Weltbild vieler Völker der Ureinwohner Überlege dir, inwiefern ist ein Jugendjustizkomitee ein »Kreis« Verbindung zu den großen Ideen Erster welche Aspekte deiner Identität sollte das Justizsystem in Betracht ziehen Diskutiert in Kleingruppen, was individuelle und kollektive Identität für euch bedeutet Schreibt einen Paragraf oder entwerft ein Bild über die Faktoren, die persönliche Identität betreffen und warum sie im Justizsystem von Bedeutung ist Zweiter ladet einen Ältesten ein, damit er über das traditionelle Justizsystem seines Volkes sprechen kann Euer Lehrer kann euch dabei helfen, die Protokolle für die Kontaktaufnahme und Beratung mit einem Ältesten einzuhalten Erarbeitet im Wohraus eine Liste mit Fragen, die ihr dem Ältesten stellen wollt Was möchtet ihr über seine Ansicht zu Justiz, Gerechtigkeit und Angemessenheit wissen? Wie könnte euch das für die Kapitelaufgabe helfen? Bring deine Aufgabe zum Abschluss Für deine Kapitelaufgabe musst du eine Multimedia-Präsentation entwerfen, die deine Forschung und Position zu dieser Frage zusammenfasst Sollte das Justizsystem strenger mit Jugendlichen umgehen, die eine Straftat begehen? Fasse deine Ideen zusammen Ergänze die Tabelle, die du auf Seite 59 begonnen hast und schreibe eine Zusammenfassung Tausche deine Schlussfolgerungen mit einem Partner aus Hast du deine Meinung geändert? Hat dein Partner seine Meinung geändert? Warum oder warum nicht? Zu Beginn der Forschung Meine Meinung Ich bin der Meinung, dasselbe Die Gesellschaft strenger mit jungen Menschen umgehen sollte, die Straftaten begehen Begründungen Ich glaube das, weil Man so am besten Kriminalität stoppen kann und alle in Sicherheit leben können Nach der Forschung Das habe ich herausgefunden Jugendliche Straftäter begegnen folgendem So habe ich meine Quellen geprüft Ich habe Voreingenommenheit geprüft, indem ich Meine jetzige Position zu dem Thema Ich glaube dasselbe Wenn ich meine Notizen zusammengefasst habe, denke ich darüber nach, was ich jetzt glaube und dann werde ich meine Gründe dafür aufzählen Was ist nach der Forschung passiert? Meine Meinung Hat sich geändert Ist unverändert geblieben Weil Ich vergleiche meine jetzige Meinung mit der Meinung, die ich am Anfang des Kapitels hatte Ich werde das Beweismaterial aufzählen, das meine Meinung geändert oder meine Meinung bestärkt hat Entwerfe deine Präsentation Deine Multimedia-Präsentation sollte Beweismaterial beinhalten, das deine Position unterstützt und auch eine Aussage, ob du deine Position geändert hast Du könntest folgendes erstellen Eine PowerPoint-Präsentation mit unterstützenden Grafiken Eine Webseite mit Links zu deinen Quellen und zu Fotos, Videos oder Soundclips Ein Video oder eine DVD-Präsentation, worin du mündlich deine Forschung und deine Ansichten mitteilst Überlege dir, welches Format deine Ideen überzeugend übermittelt Tipps, die dir helfen, eine erfolgreiche Multimedia Präsentationen zu entwerfen Sei originell Probiere neue Ideen aus und überlege dir kreative Methoden, um die Informationen zu präsentieren Verwende verschiedene Schriftarten, Grafiken, Farben und andere Toos, um die Präsentation zu verbessern V. Sprich deutlich und nimm mit allen Zuhörern Augenkontakt auf Proben, Proben und nochmal Proben Wiederholung Kapitel 2 Worum ging es in Kapitel 2? Wie machen Kanadas Justizsystem und der YCJA den Versuch, mit jugendlichen Straftätern fair und gerecht umzugehen? Welche Rolle spielen kanadische Bürger und Organisationen für die Gerechtigkeit und Angemessenkeit im kanadischen Jugendjustizsystem? Greif das Thema des Kapitels noch einmal auf Benutze, was du in diesem Kapitel gelernt hast und entwickle deine eigene fundierte Ansicht über das Thema dieses Kapitels Inwiefern ist das Justizsystem fair und angemessen für Jugendliche? Folge den Anleitungen auf Seite 55, zeigen, was du gelernt hast, um deine Einstellung zu präsentieren Teile, was du gelernt hast Entwerfe und erstelle eine Präsentation, die deine Mitschüler über Aspekte des Jugendjustizsystems informiert Denke dir ein Format aus, das deine Ideen am besten übermittelt Hier sind ein paar Beispiele Ein Rollenspiel, ein Bild, Musik, Geräuscheffekte oder ein Poster mit Grafiken, Bildern und Beschreibungen Unternimm etwas Teile deine Meinungen über Jugendjustiz mit anderen Menschen Solche Meinungen sollten immer durch Beweismaterial unterstützt werden Schreibe dem Redakteur deiner Lokalzeitung einen Brief, in dem du deine Ansichten über die Gerechtigkeit und Angemessenheit des Jugendjustizsystems schilderst Suche Artikel über jugendliche Straftäter in den Medien, um sie als Beispiele zur Unterstützung deiner Position zu benutzen Reflektiere, bevor du vergisst Überlege dir, was du in diesem Kapitel gelernt hast Schreibe diese Gedanken fertig Vorher dachte ich, aber jetzt bin ich der Meinung Das Wichtigste, was ich in diesem Kapitel über das Jugendjustizsystem gelernt habe, ist Eine Sache, die ich noch über Kanadas Justizsystem lernen möchte, ist Links mit der Technologie Erstelle eine Liste von Onlinequellen und Bildern, die Kanadas Jugendjustizsystem betreffen Prüfe die Richtigkeit jeder Quelle Vergleiche deine Liste mit denen deiner Mitschüler Auf Seite 361 findest du Tipps zur Forschung online Das war's für die Dunstimme der Driftung von Lukács Ich habe den seeds mit nem über den Austausch in der Indien, die erste die Markt die man mit denen der großen Fundus Faith denauchte und die Fristung noch über die Pfeye die Richtigkeit und die Bedeutung Das war's für die Richtigkeit und die Richtigkeit und die Richtigkeit und die Richtigkeit Vielen Dank.